Humanistische Grüße, ein wunderschönes Hallo zu einer weiteren Folge, musst du wissen, heute zu dem Thema Studium. Ich habe ein paar Punkte zusammengetragen und ich hoffe, sie helfen euch weiter, um herauszufinden, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Warum solltet ihr studieren? Warum solltet ihr vielleicht nicht studieren? Welche Möglichkeiten gibt es? Was heißt es überhaupt zu studieren? Und let's go! Muss ich überhaupt studieren? Nein, du musst nicht unbedingt studieren. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten in Deutschland, irgendetwas anderes zu machen. Viele gehen natürlich direkt nach dem Abitur studieren, weil sie denken, okay, ich muss das jetzt machen. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Ihr könnt auch erst eine Ausbildung machen, ihr könnt ein FSJ machen, ihr könnt arbeiten gehen, ihr könnt auch später noch arbeiten und nebenbei studieren. Also versuch auf jeden Fall herauszufinden, was du willst. Geh deinen Interessen nach, lass dich nicht von irgendjemandem in irgendwas reinzwingen. Hab nicht das Gefühl, dass du jetzt genau das machen musst. Denn wenn du Abitur hast, dann kannst du auch erst komplett was anderes machen und dann immer noch studieren gehen. Es gibt genug Menschen, die halt vorher Erfahrungen sammeln und dann erst mit Mitte 20 oder sogar mit 30 studieren gehen. Also meiner Meinung nach musst du nicht unbedingt studieren. Versuch im besten Fall herauszufinden, was du willst. Versuch deinen Interessen nachzugehen. Und das Studium ist so gesehen nur ein Stück weit der Weg dahin, um das zu machen, wo du einen Sinn drin siehst. Wenn du dich trotzdem entscheidest zu studieren, was vollkommen in Ordnung ist, musst du immer dir die Frage stellen, was ist überhaupt das richtige Studium? Beziehungsweise wie finde ich heraus, was das richtige Studienprogramm ist? Und da kann ich nur empfehlen, versuch vielleicht auch schon vor dem Studium, dich in irgendwelche Vorlesungen reinzusetzen oder dir Seminare anzuschauen, je nachdem, was halt verfügbar ist. Sowohl online bei YouTube zum Beispiel, wenn irgendwelche Vorlesungen gestreamt werden oder wenn du irgendwelche Skripte findest. Weil man hat so vielleicht das Studienprogramm mal gelesen, aber man weiß gar nicht so genau, was bedeutet das in der Praxis? Wie sieht das Studium wirklich inhaltlich aus? Wie gestaltet sich so eine Vorlesung, so ein Seminar oder wie sehen irgendwelche Prüfungen und Klausuren aus? Deshalb, um herauszufinden, was das richtige Studium oder ob das Soziologiestudium, das politikwissenschaftliche Studium, was für dich ist, musst du Erfahrungen sammeln. Du musst mit Leuten sprechen, du kannst zur Studienberatung gehen, du kannst mit der Fachschaft sprechen oder mit Leuten, die vielleicht schon den Abschluss gemacht haben und herausfinden, in welchen Bereichen arbeiten die denn. Du solltest dir also auf jeden Fall die Frage stellen, was ist mit dem Abschluss möglich, was ist mit dem Studium möglich, welche Berufsfelder kann ich, in welche Berufsfelder kann ich da reinkommen und was möchte ich vielleicht auch langfristig tun? Wo möchte ich vielleicht auch etwas verändern? Wo sehe ich ganz, ganz viele Probleme und wie kann das Studium mir dabei helfen, diesen Weg zu beschreiten? Ja, wenn du ein Studium gefunden hast, was dich interessiert, dann stellt sich ganz, ganz schnell die Frage, wo bewirbst du dich, wann bewirbst du dich und gibt es Zulassungsvoraussetzungen? Wo ist natürlich, es gibt deutschlandweit ganz, ganz viele Studiengänge, auch international gibt es schon ganz, ganz viele Studiengänge, wo du auch mit einem deutschen Abitur reinkommst. Weiterhin ist natürlich die Frage Sommer- oder Wintersemester. Viele Studiengänge, gerade im Bachelor, fangen sowieso nur im Wintersemester an. Das heißt, du kannst damit auch weniger planen und manche fangen im Winter- und Sommersemester an. Das kommt jeweils immer auf das Bundesland bzw. auf die Universität drauf an. Und dann gibt es für das jeweilige Studienprogramm immer noch einzelne Zulassungsvoraussetzungen bzw. jeweils auch Studiengänge, die immer zulassungsfrei sind. Numerus Clausus, also die Eintrittsdurchschnittsnote, die du haben musst. Und die setzt sich halt daraus zusammen, dass je nachdem, wie viele Menschen sich in dem jeweiligen Jahr zu dem jeweiligen Semester auf einen Studienplatz bewerben. Jedes Studienprogramm hat in der Regel eine begrenzte Anzahl von Studienplätzen und daraus ergibt sich natürlich eine gewisse Bewerberzahl, die mit einer gewissen Durchschnittsnote dorthin kommen und daraus errechnet sich der NC. Weiterhin kann es sein, dass das Vorpraktikum eine Zulassungsvoraussetzung ist, genauso wie gewisse Motivationsschreiben, Sprachkenntnisse oder bei manchen, gerade in den Masterstudiengängen, gibt es natürlich auch immer gewisse Vorstellungs- und sogenannte Bewerbungsgespräche. Ja, hast du dann angefangen zu studieren bzw. du solltest dir darüber schon vorher Gedanken machen, wie du dein Studium finanzierst. Gerade bei BAföG kann das manchmal bis zu, ja oder nein, ich würde eher sagen mindestens acht Wochen dauern, bis dein Antrag überhaupt final bearbeitet wurde. Das heißt, die Frage, wie finanzierst du dein Studium, ist essentiell wichtig. Und da gibt es neben BAföG natürlich, wird immer geguckt, okay, haben deine Eltern die Möglichkeit, dich zu finanzieren, bevor du BAföG bekommst. Das heißt, wenn deine Eltern roundabout bei 50.000 Euro brutto im Jahr zusammen verdienen, dann wird es schon ziemlich schwierig, dass du BAföG bekommst. Des Weiteren gibt es bei BAföG immer noch die Unterscheidung, elternabhängig oder elternunabhängig. Wenn es elternunabhängig ist, setzt das immer voraus, dass du zum Beispiel vorher eine Ausbildung gemacht hast und eine gewisse Zeit gearbeitet hast. Ich werde dazu auch nochmal was verlinken in der Infobox. Jedes Studium zieht sich mindestens, also wenn wir vom Bachelorstudium reden, über eine gewisse Zeit, also mindestens drei Jahre in dieser Zeit, wenn du kein BAföG bekommst, musst du natürlich gucken, wie finanzierst du diese Zeit deine Lebenshaltungskosten. Und da gibt es je nach Universität zum Beispiel noch die Studierendenvertretung, die Asten, die Studierendenschaft, wo es gewisse Härtefellanträge gibt, Sozialbeitragsübernahmen, wo man Hilfe, finanzielle Unterstützung beantragen kann. Neben diesen Sachen würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, vorher vor dem Studium, wenn du schon sicher bist, okay, da ist die Chance hoch, dass ich da reinkomme, gucken, gibt es Stipendien. Stipendien, sowohl auf, in ganz Deutschland gibt es ganz, ganz viele Stipendien, Datenbanken, aber auch einzelne Unternehmen bieten Stipendien speziell für zum Beispiel Maschinenbau an oder die jeweilige Universität hat sogar eigene Stipendienprogramme. Darüber hinaus kannst du natürlich gerade, wenn du länger planst und schon arbeiten warst, Rücklagen aufbauen, mit denen du dann dein Studium finanzierst. Oder du sagst, okay, ich kriege aus welchen Gründen auch immer kein BAföG oder kein BAföG mehr, falls du schon mal studiert hast, dann ist immer die Frage der Studienkredite, wo du relativ günstig, mit zu guten Konditionen auch eine sehr, sehr lange Zeit Studienkredite bekommst. Da ist einmal zu empfehlen, der DACA NRW zum Beispiel, also für NRW, gibt es auch in anderen Bundesländern und der KfW Studienkredit. Und zu guter Letzt ist natürlich immer die Frage, okay, du kannst natürlich auch immer arbeiten gehen, so viel du willst nebenbei, aber eine gute Kombination ist immer, wenn du kein BAföG bekommst, einen Minijob zu haben und dann bei der jeweiligen Stadt, in der du wohnst, Wohngeld zu beantragen. Ja, wenn du dann studierst und am Ende des Semesters bist, ist natürlich auch immer die Frage, okay, Prüfung schreiben, auf Klausuren vorbereiten und wie lerne ich am besten? Und da kann ich nur empfehlen, versuch dein Wissen zu verknüpfen mit bestimmten Dingen, versuch es an Beispielen festzumachen, versuch es von so einer abstrakten Ebene auf eine realistische Ebene runterzubrechen, versuch es an irgendwas, versuch es zu verbinden mit irgendwelchen Dingen, mit irgendwelchen Beispielen, mit irgendwelchen Projekten, versuch es von der abstrakten Ebene auf jeden Fall runterzubringen und Dinge zu verstehen, statt sie auswendig zu lernen. Ebenso würde ich dringend empfehlen, dich irgendwelchen Lerngruppen anzuschließen, die vielleicht auch in einer gewissen Kontinuität sich treffen und sich austauschen zu gewissen Seminarinhalten, Vorlesungen oder dann im besten Fall zu den Klausuren. Weiterhin kann ich nur empfehlen, gerade bei den Fachschaften nachzufragen, gibt es bestimmte Probeklausuren oder gibt es auch bei den Professoren bestimmte Tests, die man vorher machen kann, um sich auf Klausuren vorzubreiten. Und die ganz, ganz entscheidende Sache ist immer, wenn du mal gelernt hast, versuch dein Wissen weiterzugeben, denn dazu gibt es auch ganz, ganz viele psychologische Studien, die eindeutig zeigen, okay, wenn jemand sein Wissen weitergibt, dann ist der Lernerfolg und das, was hängen bleibt, also langfristig natürlich sehr viel größer, als wenn du einmal dieses, ich mag dieses Wort nicht, aber dieses Bulimie auswendig lernen machst, dann das Wissen quasi auskotzt und dann wieder zur nächsten Klausur gehst. Also da meine Empfehlung, versuch langfristig dir die Sachen zu merken mit den verschiedenen Dingen, versuch sie zu verknüpfen, versuch dein Wissen in Lerngruppen oder bei anderen weiterzugeben. Wenn du zum Beispiel als Tutor, als Tutorin arbeitest, dann ist das immer eine ganz, ganz gute Möglichkeit, dein Wissen langfristig zu festigen. Ja, jedes Studium, jedes Studienprogramm hat natürlich eine eigene Prüfungs- bzw. eine eigene Studienordnung. Je nachdem, wann du anfängst, dieses Studium zu studieren, kann es verschiedene Versionen auch nochmal geben, von zum Beispiel 2020, 2018, 2015. Das liegt immer daran, dass sich jeder Studiengang alle paar Jahre durch ein bestimmtes Gremium immer auch neu akkreditiert. Das heißt, es wird geguckt, wie war das Studium in den vergangenen Jahren, was kann man vielleicht verändern, was kann man vielleicht verbessern oder welche Gesetze auf Seiten des jeweiligen, welche Landesgesetze haben sich vielleicht auch geändert und da werden Studiengänge auch in gewisser Weise angepasst. So oder so gilt für dich immer die Studien- und Prüfungsordnung zu dem jeweiligen Jahr, zu dem Semester, wo du dich immatrikulierst bzw. wo du eine Zulassung bekommst. Und in diese Studien- und Prüfungsordnung solltest du auf jeden Fall Anfang des Semesters mal reinschauen, weil da stehen ganz, ganz viele wichtige Sachen drin. Zum Beispiel, welche Prüfungsformen kommen in deinem Studium vor bzw. welche Möglichkeiten hast du, wann musst du was ablegen, wie viele Versuche hast du, gibt es irgendwelche Härtefallregelungen, musst du Hausarbeiten schreiben, wie viele Klausuren sind da, gibt es auch die Möglichkeit, eine mündliche Prüfung zu machen, wie es aber auch die Gewichtung von bestimmten Modulen, weil dein Studium, nehmen wir mal ein Bachelorstudium, dann hat das 180 Credits. Diese 180 Credits setzen sich natürlich aus verschiedenen Modulen, verschiedenen Seminaren und Prüfungen zusammen. Diese haben wiederum eine Gewichtung, aus der dann im Zusammenhang mit deiner Bachelorarbeit auch eine Abschlussnote entsteht. Und das ist alles in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung geregelt. Ebenso ist da drin geregelt, gewisse Übergangsregelungen zum Master bzw. es ist auch geregelt, wenn du dir Klausuren anschauen willst, wenn du irgendwie unzufrieden bist mit einer gewissen Beurteilung, dann gibt es da auch immer eine Regelung für Prüfungseinsicht, Klausureinsicht und vielleicht auch eine Beurteilung durch einen Zweitgutachter, durch eine Zweitgutachterin. Wichtig ist, schau da auf jeden Fall rein, Anfang des Semesters, schau dir die relevanten Punkte an und gerade, das möchte ich in dem Fall auch noch erwähnen, schau dir, gerade wenn es große Klausuren sind, wo viele Personen mitschreiben, würde ich immer dazu raten, nochmal eine Klausureinsicht zu machen und zu gucken, haben die richtig gezählt, haben die irgendwelche Punkte vielleicht vergessen, das ist ganz, ganz wichtig, denn ich habe es im Bachelor, wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, würde ich immer sagen, okay, ich würde mir jede Klausur angucken, weil auch bestimmt, aufgrund der Masse der Klausuren entstehen halt auch Fehler und es kann schon sein, dass sich jemand verzählt und dann hast du zwei Punkte weniger in der Klausur. Ja, neben den Studien- und Prüfungsordnungen hat natürlich jeder Studiengang eine gewisse Anzahl von Credits bzw. CPs und richtet sich nach dem ECTS-System, also dem European Credit Transfer Accumulation System. Dieses System wurde auf europäischer Union entwickelt, um die Studiengänge ein Stück weit auf europäischer Ebene vergleichbar zu machen und jeder CP in deinem Studium steht in dem Fall natürlich für eine gewisse Arbeitsleistung, der sogenannte Workload, also CP, Credit Points, davon hast du roundabout pro Semester ca. 30, du kannst natürlich auch immer mehr oder weniger machen, das kommt immer darauf an, wie umfangreich ist das jeweilige Seminar, die jeweilige Vorlesung, wie viel Aufwand musst du da reinstecken, aber ganz formal richtet sich der jeweilige CP, also ein Credit Point natürlich nach einer gewissen Stundenanzahl und das sind in dem Fall 30 Stunden an Präsenz- und Selbststudium für ein CP. Ja, nun gibt es an Hochschulen, an Universitäten, gerade an großen Hochschulen sehr, sehr viele Möglichkeiten. Neben allen möglichen Vorlesungen, die du auch außerhalb deines Studiums besuchen kannst, neben irgendwelchen Veranstaltungen kultureller Natur, politischer Natur etc. pp. gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Vereine, sehr, sehr viele Hochschulgruppen, sehr, sehr viele Initiativen oder lose Zusammenschlüsse von Studierenden, die irgendwas in irgendwelche Richtungen machen, sei das Studierende, die was im Bereich Nachhaltigkeit machen, sei das Studierende, die was im technischen Bereich machen oder Studierende, die irgendwelche Sachen neben dem Studium programmieren und da ist immer die Frage, sollte ich mich auch engagieren und ich würde auf jeden Fall sagen ja, weil es gibt mega viele Möglichkeiten, du hast dadurch nur Vorteile, du lernst Leute kennen, du kannst im besten Fall auch über die Initiative irgendwelche Weiterbildungen machen, du kannst Zertifikate erhalten, dich also weiterbilden, fortbilden, deine Skills erweitern, Soft Skills erwerben, gerade im Umgang mit Leuten vielleicht auch mal Präsentationen halten oder selber eine Veranstaltung planen, du kannst dein Netzwerk aufbauen, ausbauen und erweitern und trägst dann natürlich auch was Gutes in die Gesellschaft hinein, weil Ehrenamt und Engagement ist natürlich in Deutschland sehr, sehr wichtig. Es gibt viele Menschen, die sich engagieren und es ist somit auch ein sehr wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Neben dem Engagement in irgendwelchen Initiativen und Vereinen, gibt es natürlich auch immer die Fachschaften, die Gremien, also die hochschulpolitischen Institutionen, Akteure am Campus, wo du die Möglichkeit hast, dich zu beteiligen. Und das kann, also auf Fachschaftsebene ist das natürlich die Fachschaft zu dem jeweiligen Studienprogramm, aber es gibt auch in der Fakultät bestimmte Gremien, Gleichstellungskommission, Planungskommission, irgendwelche Arbeitskreise zu, zum Beispiel der Akkreditierung des Studiengangs und natürlich im Großen die Studierendenvertretung, die eure Interessen oder die Interessen der Studierenden am Campus vertritt und vertreten soll. Also die Frage nach, engagiere ich mich im Bereich, ja, im Bereich der Hochschulpolitik, bei vielleicht auch einer hochschulpolitischen Liste und stelle ich mir die Frage, okay, wie kann ich denn mit meinem Engagement vielleicht auch ein Stück weit zu einer Verbesserung am Campus beitragen? Also Fachschaften sind in dem Fall wichtig, die Gremien im Rahmen der studentischen Beteiligung. Und du hast gerade auch an größeren Universitäten ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ganz, ganz viele Gremien auf unterschiedlichsten Ebenen, hoch vom Rektorat zum Beispiel, vom Senat auf einer ganz, ganz kleinen Ebene unten natürlich zur Fachschaft hin. Und da hast du die Möglichkeit, auch Erfahrungen zu sammeln und zum Beispiel an dem Studienprogramm und der Veränderung mitzustricken, das zu evaluieren und so gesehen auch die Interessen deiner Klientel, der Studierenden zu vertreten. Das Studium dauert in der Regel drei Jahre, also der Bachelor plus Master nochmal zwei Jahre, also fünf Jahre insgesamt Minimum. Kleine Randbemerkung, es ist vollkommen okay, wenn du auch länger studierst. Das ist meiner Meinung nach absolut nicht notwendig, in Regel Studienzeit fertig zu werden. Ich weiß, manche haben natürlich bekommen BAföG und sind somit auch ein Stück weit abhängig. Aber aus der Perspektive, wenn du später einen Job bekommst, ist es vollkommen irrelevant, ob du ein, zwei oder drei Semester länger studierst. Wichtig ist, wenn du studierst, nutze die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Versuch Erasmus zu machen, geh ins Ausland, mach diese Erfahrung, nimm das mit, weil das bietet viele, viele Vorteile. Du hast einerseits die finanziellen Förderungen durch die EU, durch Erasmus-Programme, wenn du sagst, okay, ich gehe ein Jahr ins Ausland. Das kannst du zum Beispiel im Bachelor machen, aber auch im Master machen. Darüber hinaus kannst du neben dem Erasmus-Studium im Ausland auch Praktika machen, die gefördert werden. Also es ist die einfachste Möglichkeit, in der Zeit deines Studiums Erfahrungen zu sammeln, ins Ausland zu gehen, dich kulturell auch weiterzuentwickeln, Menschen kennenzulernen, deine Sprachkenntnisse zu erweitern und einfach auch eine gute Zeit zu haben, die Welt zu sehen und dich persönlich zu entwickeln. Also das kann ich wirklich, wirklich sehr jedem ans Herz legen. Die Plätze werden leider nicht so ausgeschöpft, wie sie ausgeschöpft werden könnten. Also nimm das auf jeden Fall mit, geh ins Ausland, mach Erasmus so oft wie möglich und nimm diesen Gewinn für deine persönliche Entwicklung auf jeden Fall mit. Ja, Studium an einer Universität heißt natürlich auch immer viel, viel Theorie und ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, der versucht immer, versuch die Theorie mit der Praxis zu verbinden, versuch dir immer zu überlegen, was bedeutet diese Theorie jetzt in der Praxis, wo kann ich die anwenden, was bedeutet es vielleicht auch für die Menschen, wo finde ich überhaupt Anwendungsbereiche und welche Projekte ergeben sich aus dieser Theorie, was kann ich aus diesem theoretischen Wissen ableiten. Und da solltest du dir auf jeden Fall mal angucken, okay, welche Bereiche gibt es dort in Sachen Theorie und Praxis, wie kann ich das verbinden, gibt es begleitende Studienprojekte, kann ich vielleicht neben dem Studium im sozialwissenschaftlichen Bereich vielleicht auch studentische Hilfskraft sein und gucken, was heißt das denn in der Praxis, mal eine Forschung durchzuführen oder gibt es die Möglichkeit, irgendwie eigene Forschung durchzuführen beziehungsweise vielleicht auch schon auf deine Bachelor- oder Masterarbeit hinzuarbeiten. Denn ganz, ganz wichtig ist für dein Studium, dass du intrinsisch motiviert bist, dass du einen Sinn darin siehst, dass du verstehst, warum du das tust und was du vielleicht auch für einen positiven Output hast, was du mit deiner Forschung bewirkst, wo du hin willst, was dich interessiert. Und das ist sehr, sehr wichtig im Rahmen der Verbindung von Theorie und Praxis plus deiner intrinsischen Motivation für dein Studium, für deinen Studienverlauf. Und das waren jetzt einige Punkte, es gibt noch ganz, ganz viele andere Punkte. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video, einen zweiten Teil zu dem Komplex, weil das Video ist jetzt schon 20 Minuten lang. Aber die Kernaussage, nutze die Zeit, versuche herauszufinden, was du willst, was du nicht willst, nutze die Angebote, lass dich nicht stressen, lass dich nicht unter Druck setzen von irgendwelchen Eltern, von der Finanzierung. Es gibt immer Wege, versuche auch herauszufinden, wenn du merkst, irgendwie, das Studium ist es vielleicht nicht, mach andere Erfahrungen, guck dir Sachen an und versuche, ja, einfach deinem Weg zu gehen, deinem Gefühl, deinem Interesse nachzugehen und herauszufinden, was du willst. Denn das ist ganz, ganz wichtig für später, auch für deine Motivation im Job, im Sinne von, ja, wie zufrieden bist du überhaupt mit dem, was du später machen wirst. Und da ist die Studienzeit, die Zeit in deinem Studienprogramm sehr, sehr wichtig, um genau das herauszufinden, wo du einen Sinn drin siehst und wo du später natürlich auch, ja, ich sag mal, deine Berufung findest. Vielen Dank fürs Zuhören und Kommentare, Fragen gerne unter das Video. Bis bald, humanistische Grüße und euch noch ein schönes Wochenende. – – – –